Menschen kaufen Online-Kurse, bringen diese aber nur ganz selten zu Ende. Ich kann es von mir selber sagen, ich habe wahrscheinlich schon um die 20 Online-Kurse gebucht und vielleicht nur zwei oder drei davon habe ich wirklich bis zum Ende gemacht, wo ich auch gesagt habe, hey, ich habe den Kurs gebucht, ich habe das Ziel erreicht, wunderbar. Das bedeutet für uns als Experten, die digitale Produkte oder digitale Kurse erstellen, müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es, dass unsere Kunden unsere Kurse bis zum Ende durchmachen, denn schließlich wollen wir kundenorientiert sein, wir wollen Kundennutzen bieten, wir wollen, dass unsere Kunden ihre Ziele erreichen. Deshalb schauen wir uns heute an die Gründe, warum Online-Kurse nicht bis zum Schluss gemacht werden und finden auch eine Lösung für dieses Dilemma. Viel Spaß! Vier Gründe sind dafür verantwortlich, dass Kurse nicht bis zum Ende durchgezogen werden und der Grund Nummer 1 und übergeordnete Grund ist einfach der, dass Kurse viel zu groß, viel zu lang sind. Und daraus ergeben sich Probleme, denn es ist so, dass die meisten Lernenden Vorwissen haben und gerade bei einem großen Kurs kommt es immer wieder zum Tragen. Ich selber mache jetzt gerade einen großen Kurs, großen teuren Kurs zum Thema Suchmaschinenoptimierung und muss mich praktisch durch die Kapitel durcharbeiten und pro Kapitel weiß ich immer schon 50, 60 Prozent und das demotiviert. Dann ist es so, dass es sehr schwer ist, sich für lange Kurse wirklich zu committen. Ja, man hat da, man ist unsicher, man hat auch Ängste, man fühlt sich einfach nicht in der offensiven Energie zu sagen, ja super, ich mache den Kurs jetzt und dann erreiche ich mein Ziel, sondern ich denke mir, boah, wie viele Kapitel kommen noch? Ui, jetzt habe ich das erste Kapitel von 50 geschafft. Das ist kein echtes Erfolgserlebnis. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Bei mir ist das momentan so, und deswegen mache ich auch das Video, dass ich in dem großen Kurs, den ich gerade mache, mich sogar mit einer Gruppe verabrede, jede Woche, damit wir vorankommen. Und selbst da ist es schwierig. Und bestimmte Teilnehmer der Gruppe haben auch schon aufgegeben. Also das heißt, obwohl ich alles dafür tue, diesen, ja, mich bei Laune zu halten und ein Setting herzustellen, wo das Lernen Spaß macht, ist es schwierig. Ja, und dann gibt es noch den Grund, dass man Gelerntes auch umsetzen muss. Also auch das motiviert natürlich, wenn ich jetzt etwas lerne, damit ich das gleich umsetzen kann. Wenn jetzt aber ein Kurs riesig ist und sich mit allen möglichen Themen beschäftigt und erst mal Grundlagen legt und dann dies und dann dies und dann dies, dann kommt man oft nicht richtig ins Tun. Und eben auch, wenn man das Commitment eben schon nicht hat, weil man so überfordert ist mit dieser Vielzahl an Inhalten und so kein gutes Gefühl hat, auch dann hat man nicht die Umsetzungsenergie, die fehlt. Genau so. Das sind die vier problematischen Gründe, warum Online-Kurse nicht bis zum Ende durchgezogen werden. Was also können wir stattdessen machen? Ganz einfach, wir müssen die Kurse kleiner machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt schon einen großen Kurs haben, dann können wir das aufteilen in mehrere kleine Kurse. Und wir schauen uns jetzt mal an, was mit diesen Problemen dann passiert. Die meisten Lernenden haben Vorwissen. Wenn wir jetzt kleine Kurse machen, dann bedeutet das, dass sich unsere Kunden genau für den Teil entscheiden können, den sie eben noch nicht wissen. Genau an dem Punkt, wo sie stehen, können sie den nächsten Schritt machen. Dann dieses Commitment. Ja, es ist viel leichter zu sagen, ich stehe gerade hier, ich will dahin. Also beim Thema Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel zu sagen, ich buche jetzt einen Kurs zum Thema Suchwortanalyse, weil ich gerade wissen will, wie ich die richtigen Suchworte finde. So, dann kann ich mich committen und dann passt es. Und noch der vierte Punkt, es ist schwierig gelernt, es auch umzusetzen. Das ist auch wiederum gelöst, wenn meine Kurse klein sind. Weil ich habe einen Schritt und ich kann als Kursanbieter es auch sehr leicht so machen, dass ich sage, hey, du hast hier zum Beispiel einen Kurs und du kannst den Kurs in drei Stunden oder in einer Stunde machen und am Schluss hast du ein bestimmtes Ergebnis. Zwischendrin gibt es Zwischenschritte. Und dadurch, dass man so committed ist bei einem kleinen Kurs, fällt es auch leichter, das, was man lernt, gleich in die Tat umzusetzen. Und am Ende ist man somit viel, viel glücklicher. So weit, so klar. Das heißt, ich plädiere ganz klar dafür, kleine Kurse zu machen und nicht diese Riesenkurse, die es überall zu kaufen gibt, die dann auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro kosten. Mein Kurs zum Beispiel hat auch 2.500 Euro gekostet zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich habe den natürlich gewählt, weil das wirklich von der Koryphäe ist und ich wirklich vom Besten lernen wollte, den es in dem Bereich gibt. Aber dennoch hätte ich gerne von ihm kleinere Kurse gebucht. Also die Frage, warum werden dann die großen Kurse gemacht? Ganz einfach, weil es leichter ist, damit große Umsätze zu machen. Alle die Experten im Gebiet Online-Business empfehlen, macht große, teure Kurse. Zum Beispiel auch sehr gute Anbieter wie Sandra Holze lehren das überall. Die Sache ist nur die, dass diese Denkweise aus unserer Sicht ist. Wir verdienen zumindest kurzfristig mehr mit großen, teuren Kursen. Das heißt aber nicht, dass es den Kunden nutzt. Und ich bin wirklich ein großer Verfechter davon, dass man Kunden nutzen schafft. Immer möglichst viel Kunden nutzen. Und deshalb sage ich, lass uns aus Sicht der Kunden denken. Wir wollen, dass unsere Kunden die Kurse zu Ende machen. Und deswegen sollten wir nicht auf kurzfristig viel Kohle setzen, sondern darauf setzen, dass unsere Kunden einen Kurs nach dem anderen kaufen. Immer wieder. Wenn sie einen Schritt brauchen, dann kaufen sie den Kurs, der ihnen hilft, die Transformation zu machen und den Schritt erfolgreich zu machen. Ich bin überzeugt davon, dann werden Kunden auch zu Fans buchen. Immer wieder empfehlen uns weiter. Und es ist eben so, gerade die Leute, die diese großen Kurse verkaufen und auch so ausgebildet werden in diesen großen Online-Programmen, die eben genauso riesig sind und genauso unerfolgreich. Da muss man einfach ganz klar sagen, ich habe jede Menge Erfahrung. Ich treffe jede Woche Leute, die diese großen Programme gemacht haben. Wie baut man sich ein erfolgreiches Online-Business auf? Und die haben verdammt schlechte Erfolge und halten so gut wie nie bis zum Ende durch. Geschweige denn, dass da Ergebnisse rauskommen. Also mein Plädoyer, lass uns kleine Kurse machen, lass uns kundenorientiert sein. Ich habe gute Erfahrungen damit, auch bei meinen Kunden. Zum Beispiel eine Heilpraktikerschule, die für die Heilpraktikerprüfung vorbereitet und wirklich nicht mehr so wie früher ein fettes Allround-All-in-One-Paket anbietet, sondern die Schüler können sich immer kleine Pakete buchen bei Bedarf. Zum Beispiel zu einem bestimmten Thema der Prüfung oder dann auch mal eine Audiodatei, wenn sie sagen, ich will es lieber hören. Und so buchen die im Schnitt ja zum Teil 30, 40, 50 verschiedene Kurse oder digitale Produkte und damit kommt die Schule auf einen Umsatz, der mindestens so hoch ist wie eben früher diese großen Kurse. Die Leute haben weniger Hürde, das zu kaufen, weil jetzt kommt auch noch ein interessanter Punkt. Es wird ja immer gelehrt, dass man halt unbedingt ganz viel Werbung machen muss. Und warum muss man so viel Werbung machen? Warum stecken Experten mit Online-Business oft Tausende von Euro in eine Kampagne bei einem Launch? Naja, ganz einfach, weil natürlich ganz wenige nur in der Lage sind jetzt zum Beispiel einen Kurs über Suchmaschinenoptimierung für zweieinhalbtausend Euro zu kaufen. Viele können sich das nicht leisten oder wollen es sich nicht leisten und deswegen wird halt das Internet überflutet mit Werbung für solche Kurse. Während wenn wir organisch wachsen in Suchmaschinenoptimierung über nützliche Inhalte hochkommen und dann diese vielen kleinen Angebote haben, das kann sich jeder leisten. Die Leute sind erfolgreich damit, werden von Kunden zu Fans. Wir haben Stammkunden, die empfehlen uns weiter und so kann ein Business eigentlich viel nachhaltiger, organischer, besser wachsen und es macht einfach auch glücklicher zu wissen und das Feedback zu bekommen, dass die Online-Kurse unsere Kunden auch wirklich weiterbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr eure großen Kurse vielleicht mal aufteilt oder euch zumindest mal überlegt, ob es wirklich, wirklich richtig ist, dass man die Kurse so riesig macht. Wie gesagt, durch die Bank wird es immer so kommuniziert. Man soll einen Kurs machen und nicht viele kleine, auf den man sich dann voll konzentrieren kann. Ich bilde hier sozusagen eine Gegenmeinung ab und mich würde es in den Kommentaren auch total interessieren, ob ihr meine Argumentation versteht, ob ihr dem was abgewinnen könnt oder ob ihr ganz anderer Meinung seid. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich gute Argumente bekomme dafür, dass man große, teure Kurse verkaufen soll, aber die sollten bitte kundenorientiert sein, dann freue ich mich besonders darüber. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao!